Generalprobe für Louis van Gaal und die Niederlande gegen Wales vor dem Abflug nach Brasilien. Ausverkauft die Amsterdam Arena, die vermeintlich beste Elf auf dem Platz. Wohl das Team, das am 13. Juni gegen Spanien antreten wird. Und wieder eine dicke Möglichkeit für Arjen Robben. Er ist vollkommen frei. Auf seinem starken linken Fuß liegt der Ball. Arjen Robben, auch gegen Ghana, hat er schon die eine oder andere hundertprozentige Torchance vermasselt. Dann in der 32. Minute Van Persie und dann ist es soweit. Arjen Robben macht sein Tor, sein 23. Tor im Nationalmannschaftsdress in seinem 75. Spiel. Arjen Robben ist erleichtert, endlich getroffen. Die zweite Halbzeit, 67. Minute, Germain Easter und im Tor der Niederländer Jasper Zillesen hat den Braten gerochen. Dann steigen wir ein in die 76. Minute. Toller Pass von Snyder. Robben schaut und sieht genau Germain Lenz. Der Mann von Dynamo Kiew macht dann in der 76. Minute das 2 zu 0. Die Niederlande gewinnen letztlich souverän mit 2 zu 0 gegen Wales und reisen nach Brasilien. Ihr Auftaktgegner ist Spanien. Tschüss. trackekner peu low